Hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem WegetronLife. Ich zeige jetzt meinen Einkauf von heute, den 4.4.2019 beim Discounter. Nicht besonderes, einfach nur Obst und Obst und das ist nicht. Okay, jetzt kommt der Einkauf. Ja, der Einkauf des Tages. Also, ich habe gekauft heute Blaubeer, 200 Gramm. Ein Romana-Salat, einmal Erdbeeren, einmal Penne, Sojamilch und Bananen. Ja, das ist der Einkauf von heute, Montag, nein, Mittwoch, Mittwoch, den 4.4.2019. Und ja, ich brauche jetzt nur noch Blumen, Blumen brauche ich noch. Und Dünger habe ich gekauft, Volldünger, 5 Euro oder so. Okay, das war es jetzt mal.